Schön, dass du da bist. Gemeinsam können wir einen Moment der inneren Ruhe genießen. Vielleicht fällt dir das leichter, wenn du dabei deine Augen schließt. Du kannst dich ganz entspannen. Ich führe dich durch diese Meditation. Begib dich in eine entspannte Position, die sich gut für dich anfühlt. Lass deinen Atem frei fließen. Lade deinen Körper ein, schwer zu werden. Nimm wahr, wie sich das anfühlt. Spüre hin, wo dein Körper etwas anderes berührt. Am klarsten ist die Berührung dort zu spüren, wo das Gewicht des Körpers aufliegt oder anliegt. Lass deinen Atem frei fließen. Nimm wahr, wie dein Atem ein- und wieder ausströmt. Wie er von alleine kommt und geht, ohne dein Zutun. Wie sich beim Atmen die Bauchdecke sanft hebt und senkt. Und wenn du magst, vertiefe das Ausatmen ein wenig, dass es ein bisschen länger dauert. Nicht viel, nur so ein bisschen. Vom Gefühl her, als ob du dich in dieses Ausatmen hinein sinken lässt. Dich in dich selbst zurücklehnst. Erlaube, deinem Körper zu sinken. Und entspanne deinen Geist. Geh nun in deiner Vorstellungskraft an einen Ort zurück, an dem du das Gefühl hattest, Gott nahe zu sein. Erinnere dich an Einzelheiten. Wen oder was siehst du? Farben, Formen, Gesichter. Gebrauche alle deine Sinne. Was hörst du an diesem Ort? Welche Worte, welchen Klang nimmst du wahr? Wenn du merkst, dass deine Gedanken abschweifen, dann nimm einfach nur wahr, was der Auslöser dafür ist. Ohne zu bewerten. Lenke deine Aufmerksamkeit wieder sanft zurück zu deinem Atem. Wie er von alleine kommt und geht, ohne dein Zutun. Werde dir der Stille bewusst, die sich in dir ausbreitet. Gott ist da, ganz nah. Nimm wahr, was du fühlst. Stell dir vor, wie mit jedem Atemzug göttliche Liebe in dich einströmt. Vielleicht kannst du die Wärme in dir spüren, das Sanfte, die Kraft. Nimm zum Abschluss drei bewusste, tiefe Atemzüge. Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020